Ja, Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Wir quatschen mit unserem Onkel Mario und treiben die Hauptquest voran. So sieht's nämlich aus. Excellent. Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Späher darauf an. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Kodex-Seiten. Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text grob übersetzt bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf zwei Edensplitter. Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Oh, okay. Mario auf dem Übungsfeld treffen, um zu trainieren. Ja. Und? Na gut, Ezio. Du beherrschst Konterangriffe. Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Ja, gute Frage. Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit. Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl. Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen. Armer kleiner Wicht. Stirbt, um Befehlen zu folgen. Hallo, ich bin ausgewichen. Hallo? Ähm. Hä? Hallo? Ich mach doch Seitenschritte. Hä? Ich bin verwirrt. Ich mach doch die Seitenschritte. Da. Und er zählt die nicht. Tänze dich halt um dich rum. Wie einst Mohammed Ali. Das gibt's doch nicht. Wenn ich zu lange warte. Wenn ich zu lange warte, kann ich nie ausweichen. Und die zählt ja nicht. Hallo? 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 Also keine Ahnung, was ich machen soll. Das war ein ganz klarer Ausweichschritt. Natürlich hat er mich ja nicht getroffen mit seinem Angriff. Das war auch ein ganz klarer Ausweichschritt. Und er zählt die einfach nicht. Hau ich dir halt in die Fresse, Mario. Oder muss ich kontern? Kann ich jetzt die ganze Zeit auf ihn eindreschen? Richtig schön aufs Fressbrett. Aber nichtsdestotrotz. Armer kleiner Beat. Stirbt, um fehlen zu wollen. Keine Ahnung. Durchgeführte Ausweichschritte 0 von 3. Erzählt die einfach nicht. Kann ich das abbrechen? Ich hab da echt keinen Bock drauf. Weil Zack. Kniestöße sind lustig. Aber nichtsdestotrotz es funktioniert nicht. Ich werd bei sowas ungehalten, weil ich genau das mache, was das Spiel will. Ich mache verdammte Ausweichschritte. Klar, wer dich getroffen hat, er muss da wenigstens mal einzählen. Tja. Tja. Bringt auch nix. Wenn ich ihm ausweiche und ihm dann eine Brumme, dass er vielleicht erwartet, dass ich noch einen Konterangriff mache oder so. Bringt alles nichts. Also ihr merkt, ich bin grad tierisch sauer. Und ich glaube, das bin ich zu Recht. Mario auf dem Überspferdtreffung zu trainieren. Bla. Ja, Ausweichmanöver. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Keine Ahnung, ob ich länger warten muss, aber da ist der Ast rein ausgewichen. Sorry, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Drücke, um mein Ziel zu erfassen. So. Ach, verdammt. Ich bin so doof, ey. Jetzt noch einmal. Viel besser. Ein letztes Mal noch. Bravo. Einfach mal richtig lesen, was da steht. Ich hab nämlich nicht gelesen, dass ich die, ähm, ich hab gelesen, dass ich die Anvisierentaste einfach drücken muss. Und dann ist er ja anvisiert. auch beim Entwaffenen ist das Timing mega wichtig. Das möchte ich noch mal sehen. Beeilung sterbt schon. Ich bekomme Durst. Na, das ist immer, ich drück immer so ein Stückchen zu früh, bevor er auf mich einschlägt. Jawohl, das war richtig. Nur noch einmal. Schon wieder zu früh. Jawohl. Okay. Fähigkeit Ausweichschritt erlernt. Gut. Dann. Würde ich sagen, schnappen wir uns ein Pferd und reiten mal eine Runde in der Toskana rum. Gucken wir uns erstmal kurz an. Ne, gucken wir direkt auf die Karte gucken. Da sehen wir aber nix. Ich will Pferd. Ich will Pferd. Juhu. Aufbäumen. So, wir hatten in... Es war das San Gimignano. San Gimignano. Ich glaube in San Gimignano. Äh, noch... Oh, da steht unser letzter Gaul noch. In die Toskana, San Gimignano. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da alle Siegel... Ähm, ähm, na, alle Glyphen gemacht habe. Wir hatten da eine in der Stadt direkt. Die haben wir aber... Die habe ich aber noch erledigt. Hier ist auf jeden Fall ein Assassinen Grab. Mit der Karte, das gewöhnt euch dran immer. Ich gehe immer erst einmal ins Pause-Menü. Ich kriege es einfach nicht auf die Kette. So, Erinnerungsanfang. Erinnerungsanfang. Wir haben also zwei Erinnerungen. Und hier haben wir ein Assassinen Grab. Pass mal auf. Also. Auftragsattentate, Schlägereien, Kurieraufträge. Ich glaube, das werde ich alles mal nicht machen. Weil ich da echt nicht so den Bock drauf habe. Muss ich ja ehrlich mal sagen. Man muss auch mal sagen, wenn man auf irgendwas keine Lust hat und sich da nicht irgendwie durchquälen oder so. Jetzt kam mal wieder das wunderschöne Gras, was sowas von grisselig aussieht. So. Wow. So. Sitzen wir ab. Komm, 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 komm. Den schnapp ich mir. Komm, 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 komm. Das ab von mir, misst Kerl. Wache. Ach, weißt du. Dann lass ich's halt. Dann nehm ich mir lieber die Truhe mit. Oh. Hier steht ne Wache. Da bin ich jetzt natürlich eher durch Glück dran vorbeigekommen. Wie die Jungfrau zum Kind. Aber egal. Ähm. Alles cool, Jungs. Alles easy going. Wir gehen jetzt erst mal mal zu nem Aussichtspunkt. Hier haben wir ein bisschen, ähm... Ich seh's grad. Ein wenig... Bekanntheit. Die möchte ich natürlich... Bekanntheit. Oh. Wo ist denn? Da ist's. Bin schon unten. So. Da war gleich eben... Ähm... Erinnerungsanfang. Ich will aber, wie gesagt, erst mal zu dem Aussichtspunkt und dann ins Assassinen-Grab. Und dann kümmern wir uns um die Erinnerungen. Komme ich hier von außen hoch? Ja, das sollte ich eigentlich. Was erzählt er? Da ist ne Feder. Achso, zum Thema Federn. Und sammeln im Allgemeinen. Er hat mir erzählt, dass es bei den meisten Sammelquests tatsächlich gar nicht so tolle Belohnungen gibt. Bei den Federn würde es sich wohl lohnen. Da gibt es wohl ne Waffe, ne zusätzliche. Also wenn man da wirklich drauf aus ist, mhm... annähernd die 100% zu kriegen oder sogar die 100% möchte, dann muss man die Federn auf jeden Fall alle sammeln. Nehme jetzt die auf jeden Fall mal mit. Nein, nun komm. Ah, da kommt er nicht hoch. Da müssen wir nochmal rum. Jetzt sieht er mich. Oder? Ne. Gott. Ich dachte grad, dass es jetzt nochmal kritisch wird. Hm. Warum geht der da nicht hoch? Ah. So, dann synchronisieren wir das Ganze noch. 25 von 73. Da haben wir eigentlich schon ein Drittel. Bisschen mehr als ein Drittel. So. Im Ort an sich haben wir erstmal alle Aussichtspunkte. Dann ist unser nächstes Ziel das Assassinen-Grab. Ja. So machen wir es. So machen wir es. Beim nächsten Mal stürzen wir uns in den Tod. Ne. Nicht in den Tod. Hoffentlich in einen Heuhaufen. Da unten ist er schon. Das machen wir jetzt noch schnell. Guck dich. Und dann geht es beim nächsten Mal ins Assassinen-Grab. Ich sage bis hierher danke fürs Zuschauen. Auf es hat euch gefallen. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.